Tech-Zertifikat B2 Prüfung Sprechen Teil 1 Ein Film, ein Buch oder eine Reise präsentieren. Ich kann euch heute einen Film empfehlen. Die Liebe wird dich finden. Bei diesem Film handelt es sich um einen romantischen Krimi. Darin geht es um eine Romanze zwischen einer Polizistin, die in Ohio lebt und auf ihre drei Tanten aufpasst, und einem fremden Mann, der sich Joel nennt und mit seinem fünfjährigen Sohn Bobby bei den Tanten übernachtet. Er hat kein Geld und sein Auto ist kaputt. Die Polizistin hat sofort bemerkt, dass er lügt und in dieser Geschichte viele unklare Details gibt. Also, sie hat von dem Glas seinen Fingerabdruck genommen und in der Datenbank mit Hilfe des Autonomen Schilds seine Autonoma gesucht und erfahren hat, dass dieser Mann ein berühmter Baseballspieler ist. Seine Frau wurde ermordet und deshalb musste er aus seiner Heimatstadt fliehen, weil er keine Alibi hatte. Am Ende der Geschichte findet Polizistin den richtigen Täter. Das war seine Managerin, die sich in ihm verliebt hat und aufgrund ihrer Gefühle seine Frau getötet hat. In diesem Film hat mir besonders die Gastfreundschaft der Tanten gefallen, die ihn kostenlos bei sich zu Hause schlafen lassen. Und natürlich auch die schöne Natur und Musik, die mich richtig entspannt hat. Das war meine Präsentation. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde gerne nur sagen, dass diese Filme finden Sie unten in der Infobox. Und warum nicht, Sie können am Nacht diesen Film gucken. Also Freunde, nochmal danke und gute Nacht. Tschüss, bis zum nächsten Video.